Was soll das heißen sein? In der Tat. Ja. 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 Und da haben wir also endlich den mächtigen Grauen Wächter. Die Krähen entbieten euch wieder einmal ihre Grüße. Sie haben also euch geschickt, Taliesin. Oder habt ihr euch freiwillig gemeldet? Natürlich freiwillig. Als ich hörte, der große Zephran hat sich von uns abgewandt, musste ich es einfach mit eigenen Augen sehen. Ist das so? Nun hier bin ich, in Fleisch und Blut. Ihr könnt mit mir zurückkehren, Zephran. Ich kenne eure Gründe und werfe euch nichts vor. Es ist nicht zu spät. Kommt und wir denken uns eine Ausrede aus. Jeder macht mal einen Fehler. Oh, aber Zephran will doch wohl leben. Ich denke, ich werde schon zurechtkommen, Taliesin. Es tut mir leid, alter Freund. Aber die Antwort ist nein. Ich komme nicht zurück. Und ihr hättet in Antiva bleiben sollen. Ich denke, ich werde schon wiederholen. Es ist so weit. Taliesin ist tot. Und ich bin frei von den Krähen. Sie werden annehmen, dass ich zusammen mit Taliesin gestorben bin. Solange niemand ihnen das Gegenteil berichtet, werden sie nicht nach mir suchen. Sehr gut sogar. Darauf hatte ich gehofft, seit ihr beschlossen habt, mich nicht zu töten. Ich könnte jetzt vermutlich gehen, wenn ich das wollte. Ich könnte weit weg gehen, so weit, dass mich die Krähen niemals finden würden. Aber ich könnte auch bleiben. Immerhin habe ich geschworen, euch zu helfen. Und die Welt zu retten, ist eine Aufgabe, die man bis zum Ende durchziehen sollte. Findet ihr nicht? Dann werde ich bleiben. Ich halte zu euch bis zum Schluss. Sofern ihr nicht vorher meiner überdrüssig werdet. Oder ich sterbe. Oder ihr sterbt. Wie auch immer. Widmen wir uns also wieder der aktuellen Aufgabe. Es gibt doch sicher noch viel zu tun. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Immer frei heraus. Warum nennen Sie das ein Stundenhotel? Das dauert doch keine Stunde. Oder doch? Hört mit euren Spielchen auf, Isabella. Wir wollen unser Geld zurück. Wir vergessen, mit wem ihr sprecht. Schon gut, schon gut. Aber ich gebe euch die Möglichkeit, die Besitzerin zu bitten. Ich bin Zanga, die Besitzerin. Bitte setzt euch und macht es euch bequem. Jeder hier ist ein Meister seines Fachs. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Ich fürchte, ihr werdet einer nach dem anderen gehen müssen. Unsere Zimmer sind nicht groß genug für so viele Leute. Aber darüber können wir uns gleich unterhalten. Also was soll ich euch zeigen? Die Männer oder die Frauen? Oder hättet ihr gerne eine Auswahl von beiden? Die Männer oder die Frauen sind nicht groß genug für so viele Leute. Ich bin sehr dankbar, dass ich nur euer Gold genommen habe. Ha! Wie Idioten! Schon gut, schon gut. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich nicht so gut bin. Ich kümmere mich darum. Noch ein Anhänger der grauen Wächter. Nicht nur ein Anhänger, Paden. Das ist ein grauer Wächter. Das ist die, nach der Al Hau sucht. Ein Wächter ist uns in die Falle gegangen? Erst und letzte Chance! Ergebt euch! Das glaube ich euch sogar. Allerdings ist es mir völlig egal. Wir sind keine einfachen Wachenwächter. Wir sind Haus Elite. Chevra, Tennant und Jarvie, lasst uns gemeinsam einen Wächter töten! Wachen Sie in der Welt! Ich kümmere mich darum. Und wen haben wir denn hier? Wollt ihr euch entschuldigen, dass ihr mich ohne mein Gemahl zurückgelassen habt und dann spurlos verschwunden seid? Ihr wisst, dass es rein geschäftlich war, Isabella. Und wie ich sehe, habt auch ihr davon profitiert. Ihr habt das Schiff geerbt, nehme ich an. Ich habe den schmierigen Bastard nie gemocht. Und die Sirene behandelt mich deutlich besser als ihn. In der Tat. Das hier ist Isabella, die Königin der östlichen Meere und schärfste Klinge in ganz Lomarin. Und ihr, meine liebe Isabella, werdet es zweifellos amüsant finden, dass ich mit einem grauen Wächter reise. Ein grauer Wächter? Entzückend! Ja, die Sirenen-Gesang ist mein ganzer Stolz. Sie hat mich von meiner Heimat Revain und der Insel von Lomarin bis zur Küste von Parfollen gebracht. Ich brauche lediglich mein Schiff und den Wind im Rücken. Und sobald meine Männer die Annehmlichkeiten des Landes ausgiebig genossen haben, stechen wir wieder in See. Wir werden diese Verderbnis so weit wie möglich hinter uns lassen. So wie ich das sehe, kann ich weit genug fortsegeln, selbst bis zur anderen Seite des fernen Anderfelds. Die See wird für sich selbst sorgen. Ich habe an vielen verschiedenen Orten Fähigkeiten erworben und sie zu meinem eigenen einzigartigen Stil weiterentwickelt. Das Wesentliche daran ist nicht Stärke, sondern Schnelligkeit. Ich nenne mich ein Duellanten, weil ich meine Fähigkeiten im Laufe der Jahre in Duellen gegen Krieger weiterentwickelt habe. Eine ungewöhnliche Bitte von einer gefürchteten Streiterin gegen die dunkle Brut. Ich fühle mich geschmeichelt, dass ihr von mir lernen wollt, Herzchen. Ihr werdet Jahre brauchen, diesen Stil wahrhaft zu meistern. Aber ich kann euch die Grundlagen lehren. Allerdings möchte ich meine potenzielle Schülerin besser kennenlernen. Also lasst uns etwas zu trinken bestellen und erweist mir die Ehre eines Spiels. Habt ihr etwas Bestimmtes im Sinn? Oh, jetzt habt ihr mein Interesse geweckt. Es wäre ausgesprochen unhöflich von mir, ein derart reizendes Angebot abzulehnen. Und was ist mit euch, Seth? Wollen wir um der alten Zeiten willen? Oh, Isabella, ihr und euer lächerliches Verlangen. Vielleicht sollten wir unserer Freundin hier die Entscheidung überlassen. Ah, das weckt Erinnerungen. Kommt, mein Schiff ist unten bei den Docks. Und ich bin mir sicher, ihr werdet meine Kabinen ausgesprochen bequem finden. Ja, das weckt Erinnerungen, nicht wahr, Seth? Schöne Erinnerungen sogar. Für euch vielleicht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie euer Gemahl mich töten wollte. Ich musste vollkommen unbekleidet über die Dächer fliehen. Ah, ich sagte ja, schöne Erinnerungen. Also, wolltet ihr nicht irgendetwas von mir? Unterrichtet werden zum Beispiel? Kommt, wir brauchen dafür ein wenig Platz. Ich habe euch nichts zu sagen. Ja, was? Ist es da, wo ihr herkommt, üblich völlig fremdem Misstrauisch zu beäugen? Also gut, was wollt ihr von mir? Man nennt mich Cassivir. Ich bin Bootsmann auf Kapitänin Isabellas Schiff. Das ist alles, was ihr wissen müsst. Schon gut, schon gut. Hier rüber! Der Dienstboteneingang ist auf der anderen Seite des Hauses. Wir müssen erst an diesen Leuten vorbei. Und ganz vorsichtig, Arl Hau ist da drin. Das Anwesen muss renoviert werden. Aber die Zahlungsmoral des neuen Arls lässt zu wünschen übrig. Ich werde direkt hinter euch sein. Nein! Die Handwerkshalle der Tischler hat jetzt genug von Haus überfüllten Terminkalender. Wir lassen uns nicht mehr abweisen. Es geht auch für die Steinmechze. Wir haben das letzte Mal vor einem Monat von mir. Schon gut, schon gut. Meine Lordschaft hat viel mit dem Regenten zu besprechen. Sie werden mich nicht kommen sehen. Irgendwas schleicht hier herum! Kommt irgendwas! Ich bin nicht mehr. Oh, 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 oh! Vorsicht! Da kommt jemand! Da kommt jemand! Ich kann die Wachen ablenken, aber ihr müsst schnell sein. Rasch, meine Herrin hat nicht viel Zeit. Seid ihr soweit? Ich werde die Wachen ablenken. Ich locke sie in den Hof. Wartet in den Büschen. Oh, ihr müsst kommen. Ich habe etwas gesehen am Brunnen. Dunkle Brut, fürchte ich. Dunkle Brut? Sie werden uns alle nach unten ziehen und aufressen. Sollen wir Hilfe anfordern? Bist du völlig bescheuert? Hilfe anfordern? Damit wir dastehen wie furchtsame kleine Mädchen? Nur wegen eines klingelohrigen Frauenzimmers? Sie werden uns bei lebendigem Leib auffressen. Bitte holt Hilfe! Aber wenn da etwas ist und wir nicht Alarm schlagen, stehen wir noch viel schlechter da. Bei Andrastes heiliger Unterwäsche. Gut, wir überprüfen den Hof, damit du dir nicht in die Hosen machst. Aber da ist nichts. Danke. Es war hier drüben. Schnell! Ich kümmere mich da. Es hat ewig gedauert, die beiden loszuwerden. Ihr müsst jetzt vorsichtig sein. Die Diener sehen sich jemanden in Uniform nicht genau an. Für einen Koch sehen alle Wachen gleich aus. Aber versucht trotzdem nicht aufzufallen. Die meisten Wachen sind neu und werden nicht sofort erkennen, dass ihr nicht dazugehört. Haltet euch besser von allen fern und fällt nicht auf. In einem Gästezimmer an der Haupthalle. Andraste leite uns. Wir werden uns. 입니다. Untertitelung von okay der Reden. Wir gehen auf das Gästezimmer. Einen? G Leute.